Oh, nochmal Glück ab, ne? Deliver, deliver, okay. Warst du das, Berggie? Berggie sagt, der Bergmann! Berggmann ist, glaube ich, gerade in der Mitte einer Kampf. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Bad Wars Challenge zusammen mit Paluten und Sergeant Max. Hallo! Hallo! Und wir haben eine neue Challenge von Lofield. Und er schreibt die Atemlos-Challenge. Du, Helene Fischer, und die anderen müssen, wenn sie kämpfen, die Luft anhalten und wenn ihr nicht mehr könnt, müsst ihr weglaufen. Man, oder? Das klingt auf jeden Fall gut. Und du bist nur Helene Fischer? Nee, nee, das hast du falsch verstanden. Wir alle sind natürlich Helene Fischer. Ich würde es ziemlich geil finden, wenn nur du Helene Fischer bist. Weißt du, und ich bin... Max ist Florian Silbereisen. Ja. Ihr ist Florian Silbereisen? Hey! Sind die nicht zusammen? Nee, ich glaube nicht. Doch, natürlich. Ich frage mal kurz den Profi hier. Sind Florian Silbereisen und Helene Fischer zusammen? Pete Dizzle, Alter. Freunde von dir, das ist... Weißt du? Ja. Was der gute alte Flori so macht, ey, da weiß Pete Dizzle Bescheid. Okay. Du weißt, ne, weil du jetzt hier für den Gras angeteasert hast mit deinen zweieinhalb Stunden Luft anhalten, also musst du das jetzt hier auch ein bisschen schauen. Immer, wenn ich jemanden attackiere, muss ich Luft anhalten. Ja, ja, genau. Achso, und die Jungs nehmen natürlich auch die Facecam auf, damit wir das alles natürlich auch überprüfen können. Oh, du feilest schon. Oh Gott, was ist das? Oh, jetzt der nächste. Nein, oh Gott, das war knapp. Ah, perfekt, Alter. Ja, ja, ja. Kappmaschine. Warte, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ey, wo geht's denn nach Hause jetzt hier? Hier? Ich hoffe. Okay, Paluten, lebst du noch? Okay, ich mach mal kurz hier eben. Hä? Sind wir im Gegner? Das ist das Gegnerische hier? Hä? Ich will schon, okay, ich hab's irgendwie verkackt. Ich hatte, hä? Sind wir noch da? Ah, hier, hier scheint Rewi am Haseln zu sein. Ich hab Bette abgebaut, Leute. Oh, okay, sauber, okay. Delivert jetzt eben. War aber, war kurz spannend. Ja, ich kann ja nicht talken, wenn ich die Luft anhalte. Kann man ja versuchen, aber ich glaube, das ist the next level of talkiness. Okay, warte. So, jetzt haben wir erstmal ein paar, nee, warte mal. Doch, ein paar Blöcke. Kriegt man gar kein Eisen hier? Kriegt man nichts hier? Kriegt man nur Bingenzkirchens hier? Doch, Eisen müssen sie es hier auch geben. Wieso hab ich denn auf einmal einen Bogen? Den hat der Typ dir da gerade gegeben. Achso, ja. Achso, warte mal, jetzt, jetzt, warte mal. Ups. Ah, get down. Den tut den Job. Das macht Spaß irgendwie, ist lustig. Ja. Ich will jetzt mal so einen Fünf-Stunden-Fight hier. So, 3, 2, 1. Ich versuche immer, meine Backen dann aufzublasen, damit man auch sieht, dass die Luft erscheint. Keine Ahnung. Hast du recht. Okay, der ist tot. So, ich gehe rüber. Hier kriegt man doch kein Eisen, das ist auch hier beschiss, ist das. So. Atemlos. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich diese Phase hätte gemacht habe. Also, jetzt kann ich, warte mal, jetzt bin ich ja gerade nicht im Kampf. Jetzt kann ich ja, jetzt kannst du singen, jetzt kannst du singen. Genau, versuch, kannst du grün mal mit dem Bogen runterhauen, wenn die auf mich zukommen, Piet Dizzle? Achso. Okay, ja, ich bin down. Atemlos durch den A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Gold gibt es nur in der Mitte, aber Eisen muss es doch hier. Du musst es hier an der Seite, nein, an der Seite, an der Seite. Ach, das ist wie Aero. Ja, kennt ihr die Map nicht, oder was? Nee, nee, die ist eigentlich schon wieder vergessen. Achso, das ist okay. Oh, da ist aber richtig viel Eisen hier, ne? Ja, eben, hol das mal alles rüber und dann mach mal ein bisschen was. Okay, okay. Oh, ich habe hier richtig viel Eisen, Alter. Oh, die haben Eisen, die haben Eisenschwerter, das kannst du knicken, Alter. Okay, das ist irgendwie ein bisschen schwer. Okay, sauber, sauber, dann mach mal irgendwie die Rüstung und mach mal Schwerter. Ich mach mal Postplatten und Schwerter. Genau, sauber. Okay, ich versuche jetzt immer mal kurz, mich kurz einfach zu rushen und drüber zu bauen. Warten wir mal kurz hier. Was ist denn euer liebster Helene Fischer Song? Ich kenne nur Atemlos-D Battery-Song. Der Atemlos durch die Nachbarsch immer so echt mein Favorit, ey. War schon echt nicht schlecht. Der Drum&Bass-Remix ist halt noch ganz fett. Den Land-Set mix fand ich schon ein bisschen besser, so. Ehm, turn down to what? Hier Leute, ist in der Kiste alles drin. Müsst ihr euch nur noch schnappen da, ne? So Vorsicht, einer ist auf dem Weg zu uns. Ja gut, Luft anhalten nicht vergessen, Leute. Nimmt euch das Schwert daraus, nimm euch das Schwert daraus. Komm, gib ihm, Birgi! Gib ihm! Okay. Ups. Mal kurz was zu essen hier machen, so, warte mal. Was ist das für ein epischer Fight, ist das für ein Fight. Ein epic Fight. Ja, weil Birgi ist bald tot, ey. Also sowohl... Das macht nix, das macht nix. Einfach singen, atem, los. Der kriegt dann noch mehr Atom-Power, weißt du? Das ist so'n Brief-Boof, wo ich, ich helfe ihm einfach Luft anhalten. Okay, got that. Mann ey. Haben wir jetzt Schwer da? Ja, sind in der Kiste, sind in der Kiste. Sauber, Max. Oh, Luft anhalten, der kommt, oder? Nee, alles gut. Warte, warte, erst jetzt. So ein paar Looten bauen sich immer drum herum, anstatt das hier abzubauen, so kann man es natürlich auch machen. Okay, Luft anhalten. Ich freue mich so auf die Aufnahme, wenn ich das alles sehe. Oh, Luft anhalten. Hey, wo ist denn die Kiste? Ich muss kurz... Hier ist die Kiste. Okay. Einfach wieder ein bisschen brushen. Team Rot ist Raul. Okay, blau. Boah, ist nicht okay. Ich hab zwei Gold-Lung... äh, Lungs. Lungs. Lungs! Lümpfe meinen Strumpf! Ähm, oh Gott, mir ist so kalt. Okay, warte mal. Was ist los bei dir, Max? Geht die Heizung auch noch nicht? Geht die Heizung bei euch schon? Ja, natürlich. Allein schon. Bei mir geht die nicht. Im August geht bei mir die Heizung hier nicht. Ja, die drehen das natürlich ab. Ja, ja, ja. Ey, die musst du doch selber dann anmachen. Ne, die ist abgedreht. Also die ist abgedreht. Ey, bei mir war das immer so, dass der Film wieder vorbeikommt und meine Heizung in die Anschein. Wieso ist das jetzt doch normal? So, wir machen mal kurz gucken hier. Also, ich weiß nicht, brauchen wir noch irgendwas? So, mhm, okay, okay. Achso, hier, ne, 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 ne Axt wollte ich grad sagen. Wie ist das? Ne Spitzhacke. Ne Pickaxe. Ups, ich hab mal ein paar mehr gemacht. Pickaxe. Ich hab mal ein paar mehr gemacht. Ich hol mal ganz viele Blöcke, ey. Ich hab eine Art Marder von Blöcken. Oh Gott, ich brauch noch ein bisschen Gold. Ich brauch noch zweimal... Oho! Sind wir Team Grün? Ähm, nein, wir sind Team Gelb. Yay! Oh, nochmal Glück gehabt, ne? Deliver, Deliver, okay. Warst du das, Bergy? Bergy sagte... Berksmann! Berksmann ist, glaub ich, grad in the middle of a fight. Oh, Dark Assassin getötet. Das war leider der Bauna, ja. So, Leute, nicht vergessen Luft anhalten. Gewinne, 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 gewinne. Alter, ich bin ein Typ. Ich kann eine Viertelstunde mit der Luft anhalten. So, mach mal ganz kurz jetzt nen Bogen, ja? Boah, Alter. Boah, Alter. Wenn ihr Gold habt, dann könnt ihr euch noch nen Bogen machen. Einen Gold bräuchten wir noch. Oh, oh! Ach, der ist gar nicht bei uns! Ach, Hilfe! Mach mal Schwerter nochmal, Max, aufs Eisen, wenns geht. Ich hol auch nochmal kurz Eisen. Ich hab ein Eisenschwert, könnte ich nicht machen. Also, wenn ihr noch ein Gold mitbringen würdet, dann... Hinter, hinter Pedissel ist grad einer, warte. Das ist ja jetzt der Grüne. Okay, ich bin ja aus der, aus der Kampfsituation draußen. Warte mal, da hinten ist blau. Ach, ich muss ja auch Luft anhalten, wenn ich von hier Pfeile schieße, richtig? Ja, ja, immer. Ja, das natürlich. Das ist... Ach so, ich muss ja gar nicht mehr, okay. Ich bring noch Gold mit, drei Stück. So. Stopp. Ich versuche hier mal von der Side irgendwie zu Team Blau zu kommen, weil die bauen sich da hinten irgendwie... Wo ist denn das Gold für den Bogen noch, Max? Ja, hier, kommt hier, hier, warte. Tu's in die Kiste. Da, warte. Ne, hier, nimm, da. Oh, got that, okay. Ne, alles gut, okay. Ja, kurz angefaked hier, okay. Äh, was soll ich grad machen? So, zack. Angeraped, was? Oh Gott. Oh Gott, okay. Warte mal, okay. Oh, hier ist noch Gold, ja, okay, okay, okay. Oh, dann können wir gleich nochmal ein Eisenschwert nehmen. Leute, direkt bei unserer Base ist ein richtig, richtig schmackhafter Weg. Den, den können wir gleich nehmen. Hier, hast du den links darüber, ne? Was soll das denn hier bei? Beim Shader sehe ich immer nicht, wer Freund und Feind ist. Ist richtig, ist richtig. Hast du noch ein Gold? Nee, noch zwei Gold? Dann könnte ich noch ein Eisenschwert machen. Ja, ein Gold ist da drin. Na gut, das würde ich nicht. Du sag mal, Helene und Florian, kommen wir? Ja. Ja, wir können los, ne? Hier ist Gold noch in der Kiste, ne? Wenn irgendjemand was braucht, dann los. Bist du schon da drüben, Pete Dissel? Ja, ja, Pete Dissel. Ich hab bloß keine Sache. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, ich hab noch Blöcke. Okay, ich hab hier, Achtung. Ups. Ist voll komisch, Alter, wenn man euch nicht mehr hört. Ey, ich bin in keiner Kampfsituation. Okay, ich hör auf. Ich komme. Aber das muss echt deliveren, ey. Dann mal kurz gucken. Boah, der hat sich da hoch gebaut. Wo denn? Wo seid ihr denn? Ach, da oben. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Boah, schade, aber er ist down. Ja, ich hole mir jetzt auch mal schnell. Ne, 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 ne. Ihr könnt da sofort drauf und dann spitzhacken. Okay, wir müssen da rauf, wir müssen da rauf, wir müssen da rauf jetzt. Komm, Lode, Lode. Ja, es ist halt nur wichtig, dass einer bei uns im Team bleibt, ne? Äh, in der Base bleibt. Ja, ja, ich bin bei uns in der Base. Also hier kommt, hier kommt keiner. Oh Gott, ey. Jo. Also bei uns ist alles safe, macht die platt, Lode. Leute. Sauber. Oh. Sauber, Max. Looted die Dinges. Aber ein Blauer muss noch leben, oder? Ja. Ja, zwei sogar. Da, und ein Grüner vor allen Dingen auch noch. Ah, der ist da vorne. Ne, okay. Was, rüber? Okay, ich komme. Ah, der Grüne ist da hinten, warte. Ja, wir brauchen, wir müssen jetzt ein bisschen Stick presenten, obwohl der geht wieder zurück. Okay. Okay, sieht alles gut aus. Der ist weg. Oh Gott, den kriege ich nicht von dir. Ich muss mal eben, okay, warte. Okay, ja, kurz spannend jetzt, warte mal so. Oh, fuck it, Alter. Alter, der ist in der Mitte, ne? Kann das sein? In der Mitte? Team Queen, wo der Lenz ist weg? Ja, egal. Jetzt nur noch der Blaue, dann... Dann haben wir das. Wo sind wir? Ich weiß nicht, der versteckt sich bestimmt irgendwo. Es ist... Ne, da sehe ich nicht mal die Farbe. Alter Schwede. Ja, ich hab doch... Oh, ich bin da gerade runtergefallen. Aber hast du ihn gesehen? Ne, ne, ich habe nicht gesehen. Ne. Der verschanzt sich doch locker irgendwo. Ich glaube, der ist... Ich schätze, der hat sich irgendwo eingebaut. Warte mal, ist der das da? Ja, ich sehe ihn, der ist in seinem Turm, da in dem Wasserturm, wo die Sachen rauskommen. Aber da ganz oben drin, der schwimmt da oben. Ja, wo denn, wo denn? Bei Blau oder wo? Ne, bei seiner Base. Ja, ja, bei Blau. Ja, ich bin doch hier bei... Nee, das ist rot. Okay, warte, 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 warte. Ich gehe da hin, ich gehe da hin. Ja, warte, ich sehe ihn doch. Warte, warte mal, Max. Warte. Max, warte. Los. Okay, sauber. Durch den... Na. Ey, wir sind echt coole Helene Fischer. Das war gut, Alter. Klar, hab ich nicht gedacht, ey. Aber es liegt auch nur daran, dass wir Helene Fischer-Fans sind. Das stimmt. Ja, das ist echt nicht geklappt. Also support Helene Fischer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Challenge wieder. Schreibt jetzt auf jeden Fall auch eure Challenge in die Kommentare. Die fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich auch gerne eine Bewertung da. Und schaut bei Max und Paluten vorbei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann. Tschüss. Tschüss.